wir sind hier in einem schacht jetzt muss man ein stück vorlaufen das geht alles gut hier sind aber ein paar tierchen die hier so umfliegen ja ich sag ja ich sehe nichts ja leute ich habe leider die blöde taschenlampe zu hause vergessen weil wir heute eigentlich eine ganz andere location geplant hatten aber ich hoffe ihr könnt trotzdem ein bisschen was sehen wir sind hier unter einer fabrik in einem riesigen schacht der ist tatsächlich gewaltig und der ist circa drei kilometer lang wir gehen aber nur in den teil jetzt rein sonst findet man hier nachher nicht mehr raus hier gibt es auch ein bunker der ist riesig aber er steht unter wasser so hier geht noch so ein weg lang ja da ist ein ihr garten und dahinten ja da hinten geht es aber links weiter so aber leute wie gesagt wir gehen tatsächlich nur bis hier weil wir müssen hier echt aufpassen hier sind viele abzweigungen so ich hoffe trotzdem das hat euch gefahren hier ist noch ein zweiter schacht hier sind damals die stromleitungen lang auch hier gehen wir jetzt nicht so weit rein nur ein kleines stück ok da müsstest du komplett kriechen ne das mache ich nicht aber wir können natürlich einmal filmen also auf krabbeln habe ich keine lust davon hört die falschen sachen an so leute das war's ich hoffe trotzdem es hat euch gefallen auf krabbeln habe ich meine lustige